Ein Blender malt abstrakt. Freitag vor Heiligabend. Auf geht's! Ich habe mir überlegt, das Bild hochkant zu legen und dann mit meiner Pinsel in die Mitte. Und von da male ich erstmal einen Kreis. Und noch einen kleineren Kreis. Dann nehme ich den nächsten Pinsel. Bis unten ist die Pinselführung wichtig. Und zu sorgen für eine saubere Kante. Evula! Das ist mein abstraktes Freitagsbild. Ich hoffe es gefällt euch und allen schönen Weihnachtstage!